So Leute, it's Friday, Burpee time. Ich muss ein bisschen gucken. Heike hat sich Haferkekse gekauft und hat die dann nicht vergessen. Die Packung war offen. Dann wusste ich mir das reinstecken. Und jetzt habe ich jetzt so ein bisschen ganz schön. Es tut mir leid. Ja, das macht mich so lauter sprengen. Oder man sagt, sie wollen heute eigentlich das Mikro aussehen. Hört ihr mich? Also ich, uuuh, wie ein Haferkekse. Ne, Burpees. Und zwar Standard Burpees, aber in diesem Fall das mit eurem Nachbarn abklären. Mit Squirt Jump. Also mit hochspringen und dabei die Knie anziehen. Ja, der Kettestand Burpee. Hinhocken. Aufsetzen. Abhocken. Liegestütz. Beziehungsweise Armliegestütz. Anhocken. Und jetzt statt dem normalen Hochsprung zieht ihr die Knie an. Und wieder. Okay? Also schön die Knie hochziehen. Und versucht sanft zu landen. Ihr wisst ja nicht, wer da unten gerade Mittagsschlaf macht. In dem Fall. Weil ihr werdet merken, wenn ihr dann dort Durchgänge macht. Das ist relativ anstrengend. Fünf bis zehn Wiederholungen nur. Und in dem Fall teilt ihr euch die Pause, wenn ihr es braucht. Also gerade für die Anfänger. Lasst ruhig ein, zwei Minuten Luft. Und macht dann den nächsten Durchgang. Ich denke mal so zehn mal fünf sind auf jeden Fall drin. Für die Pros, die können ja Zähne machen. Und dann die Pause relativ kurz halten. Sportfrei, bist du nicht? Ja. Ja. Ja.